Let me show you just what I'm made of! Ray-Fry, mit dem müssen wir doch auch spielen können, ne? Aber wie geht das? Tja, bei den Tipps wissen wir wahrscheinlich mehr. Wir haben jetzt alle... Oh, Schwierigkeitsgrad? Du kannst beim Starten ins neuen Spielsitz auch den Schwierigkeitsgrad Schwer und Hyper wählen. In höheren Schwierigkeitsgrad verändert sich das Verhalten von Feinden und Fallen, um das Spiel in den Siegwerk zu gestalten. Ja, als ob es nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Ich kriege gerade Hyper-Guide in Stringregeln. Patch bietet keine Unterstützung. Es gibt keine One-Up-Kerne. Du leidest mir aus Schaden. Wenn du die Schwierigkeit vor dem Spiel anpasst, sind von Anfang an alle Formen frei geschaltet. Hände ich von Beginn an volle Reihen. Okay. Und der Boss-Rush wurde auch letzten Part freigeschaltet, nachdem wir den letzten Final-Boss mit viel Mühe, Blut, Schweiß und Tränen besiegt haben. Im Boss-Rush musst du alle Bosse des Spiels nacheinander besiegen. Jeder Schaden, den du leitest, wird in den nächsten Kampf mitgenommen. Der Bonus endet, wenn deine Gesundheit auf Null sinkt. Alle Bosse in diesem Modus sind stärkere Versionen als im Spiel selbst. Oh Gott. Wenn du nur einen Augenblick zügigst, ist das dein Ende. Behalte das Ziel im Auge und gib dein Bestes. Zu Beginn vom Boss-Rush stehen dir Axel-Geregeneration 1 und 2 zur Verfügung. Pass den richtigen Moment ab, um dich zu heilen, damit du es bis zum Ende schaffst. Ja. Hahaha. Das wär's noch. Pfff. Ja. Verraes Spezialfähigkeiten. Aber welche Bonus-Stages gibt es denn für Ray? Neue Challenges hinzugefügt. Ja, okay. Im Boss-Rush gibt es hier Online-Reihenkampf. Und jetzt nochmal die Challenges. Gut, vielleicht wenn ich noch ein Weg, äh... Was? Ja, natürlich. Habe ich etwa abgebrochen oder was? Hm. Das war strange. Und es sind alle verfügbar. Boss-Rush. Change-Koop. Ja, bringt nichts, weil ich brauch da einen zweiten Spieler. Moment. Charakter wechseln? Call. Hm. Ja, da kann man gemeinsam mit Call da durchspielen. Na gut, äh... Dann... Machen wir weiter, ne? Wie geht das alle Ziel zerstören? Überlebe bis die Zeit ab. Okay. Okay, dann... Machen wir das mal. Ja, das... Weil diese... Scheint dieses Mal einfacher zu sein. Man muss jetzt die Fähigkeiten alle ausnutzen, die man bislang erlangt hat. Ja, das dürfte wohl kein Problem darstellen. Ich schätze mal... Nur diese Fähigkeit allein steht von Anfang an zur Verfügung... Äh, steht dafür zur Verfügung. Ja. Was war das denn? Ist er da festgehangen, oder was? Oh, davon kann man Schaden allein? Das wusste ich gar nicht. Tja. Kein Wunder, dass hier eine Heilstation steht. Achso, das ist auch noch so... Ach, ja. Blindschleiche. Gut, das wäre auch schon mal weg. Gut, die beiden auch. War's das? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Funktion alle drei, jawohl. Okay, Mission clear. Jawohl, so weit, so gut. Das nächste... Die nächste Mission bitte gleich. Auf der Stelle. Mit der Cryosphere. Die machen da oben wieder einen Krach. So, dieses Mal mit der Eisschussfähigkeit. Da können wir sogar durch die Wand schießen. Das macht es ja noch einfacher. Ja. Hoffentlich bleibt es ja... Hoffentlich ist es nicht zeitlich begrenzt. So, wozu eigentlich noch hinter die Wand gehen wollen und mich extra die Zeit nehmen, um das Ziel zu stören, wenn ich das auch so machen kann. Aber irgendwie ist es wirklich das eine, dasselbe nur? Hier ist man mit einer anderen Fähigkeit. Guck mir ein bisschen lame vor, dass ich das mal wiederholen muss hier. So. Mission clear. Das war auch geschafft. Ja, also die Koop-Mission, da brauchen wir wirklich einen zweiten Spiel hatte. Das mache ich natürlich nicht. Ähm. Ich werde nur alle Solo-Missionen machen. Ja, dann werde ich erstmal alle Changes machen. Dann werde ich gucken, ob wir dann in einem Level mit Ray spielen können. Daneben. Oh. Aber das sind mir gleich zwei Treffer auf einmal. Oh nein. Muss mein Gamepad jetzt noch dazu vibrieren? Irgendwie bleibt er da hängen, oder behe ich mir das nur ein? Oh, stimmt ja, es geht ja durch die Wand. Äh. Äh. Kommst doch mal runter, ich brauch dich mal schnell. Hä? Mission clear. Hä? Easy eh. Muss er das jetzt wirklich mit jeder Fähigkeit machen? Wie lame ist das denn? Wahrscheinlich ist es nur zum Probieren, aber da hätte man wenigstens immer eine andere Mission machen können. Lölz. Aber hey, Moment, wenn ich jetzt mit dem Bagger... ...durch muss... ...aber man kann vom Teufel sprechen. Kommt mal von dieser Seite an. Decks dazu genäht. Ich wollte nur... ...sicher gehen, dass ich... ...ran komme. Okay. So, hoch da. So. Ey, 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 ey. Ein bisschen schwieriger zu steuern mit dem. Nur um diese... ...Ziele zu zerstören. Okay. Okay. Ja, so wird es aber zeitlich ein bisschen knapp werden. Aber ich denke mal, dass wir das... ...schaffen werden. Ja, okay. Das ist nichts Besonderes. Na gut. Dann, äh... ...ja, immer noch dasselbe. Hm. Ich fand mich was, die... ...warte mal, es gibt Zeitrennen. Verleger kein Leben. Ich schließe alle Stages ab. Wart. Nö. Nö, oder? Roboter-Fabrik-Gefängnis. Und verliere kein Leben dabei? Ist das euer Ernst? Nee. Nee, nee, nee. Also, ich... ...ich sehe schon. Da habe ich mich auf was eingelassen. Scheiße. Hätte ich das vorher gewusst? Mach ich halt nur noch diese Einmissionen, bis das ist zu den... ...zu diesen Zeitrennen geht. Weil... Was zum Teufel? Ihr wollt mich wohl verarschen. Durch alle Stages? Nö. Ohne Scheiß. Das mache ich nicht. Dann mache ich jetzt nur noch diese Missionen hier. Hätte ich das vorher gewusst? Jetzt kann ich... Jetzt kann ich den Challenge-Modus nur... ...halb abschließen hier. Tut mir leid, Leute. Das... Das wusste ich echt nicht, dass... ...was da auf mich zukommt. Da kommt er nicht durch. Ich dachte, er würde durch die Wand gehen. So, lass mich jetzt rauf, da. Ja, das war ein Vortreffer. Durch diese Ex-Person muss es auch so laggen. Das ist so eine Lag-Party hier. Ja, gut zu wissen, dass das Mana auch noch aufgefüllt wird. Nicht bloß die Gesundheit durch diese... ...erste-Hilfe... ...Apparate. Ich nenne sie mal Erste-Hilfe-Apparate. Ja, okay. Das wird dann leider nichts Besonderes, dieser Part mit diesen Challenges. Vielleicht hätte ich das vorher gewusst. Wie gesagt... ...ich konnte nicht riechen, dass das... ...what the fuck... ...dass es auch noch so und solche Mission beinhaltet. Zeitrennen durch die... ...selben Stages, die man schon mal bestritten hat. Okay, so kann es auch gehen, Mann. Braucht einfach nur darauf zuzugehen. So, hoch da. Hm, verschwindet... ...er braucht dabei kein Mana. Das ist krass. Na? Das ist doch keine so harte Landung. So. Ja, an sich ist das ja auch... ...für mich ist es ja die schlechteste Fähigkeit zum Antakieren. So, äh, als Schutz von oben. Ist vielleicht ganz, äh, gut, aber... ...ja. Für den Kopfschutz ist es ganz gut, aber ansonsten... ...ja. Mäh, eher. Ja, mit der Fähigkeit da... ...noch einmal schnell auf. Haltet doch fest, Mann! Jawoll. Manchmal aber kann er irgendwie nicht zielen. So. Wird da wieder durch einen neuen Rekord? Come on! Mission. Okay. Soweit, so gut. So. Jetzt noch mit Countershade. Mit der Countershade, äh... ...Fähigkeit. Und dann kommen mal ganz andere, spezielle Missionen dran. Hui, alles zerstört. Das ist die Macht des... ...abprallenden Schusses. Klasse Kacke. Alter! Zielt er immer auf die... Ich glaub schon, dass er automatisch zielt, oder? Wenn er erstmal abprallt. Tatsächlich! Das ist nicht bloß random, ich glaub, der zielt. Ja, tatsächlich. Krass, ey. Ja, aber ernsthaft, die letzte Mission werde ich... ...also, diese Zeitremission werde ich garantiert nicht machen. Ohne mich, ey. Das ist doch... ...das ist doch Selbstmord. Ich habe ja schon wirklich Probleme mit dieser Stage. Und wenn man einen einzigen Fehler macht, muss man... ...nochmal von vorne machen, ey. Alter! Ich fahrt mich, wie man noch Bray spielen kann. Okay. Überleben. Na denn? Wird schon schief gehen. Was? Bin ich denn hier? Ja! Ja! Aua! Boah, die machen sehr viel Schaden. Oh, oh. Okay, die Mission ist schon... ...nicht von schlechten Eltern. Gott sei Dank, warum lädt er sich nicht auf? Zum Teufel! Kommt mich gar nicht mehr bewegen... Achso, ich hatte keinen Mana mehr, ist klar. Ne, weißt du was? Der Feld kann jetzt sich irgendwie gar nicht bewegen... ...oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß, das kommt doch hier etwas lame vor, aber... ...ja... 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 ...je... ...ja... 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 ...ne Sex-Schüsse... Nee, also diese Challenges wurden doch zu schwer Machen wir jetzt zum Abschluss Machen wir jetzt zum Schluss mit diesem Let's Play und spielen zum Abschluss noch einen Level mit Ray wenn ich hoffentlich irgendwie auf ihn zugreifen kann Ihr könnt selber diese Challenges probieren, wenn ihr wollt, aber ich persönlich sage, nein, danke Vielleicht kann ich beim Optionen ausfielen, welcher Karte nun gespielt wird, weil ich meine ich habe ihn auch freigeschalten, ne? Das heißt also, dass ich auf ihn zugreifen müsste oder nicht? Hm Hm, da gibt es keine Möglichkeit das einzustellen Aber vielleicht Bevor ich der Bevor ich den Level beginne Geht das vielleicht? Wir sind hier ja fertig Ach so Wenn ich den Steuerkreis nach oben Okay Ah, sieh einer an Sieh einer an? Hey, spielen wir jetzt mal Ray durch Machen wir das anstelle der Challenges Okay Okay So kann's auch gehen Das heißt also, wenn ich die Ich bin Ja, sieh einer anstelle Es ist wie ein Krieg? Es ist eine Zuorausschreste dogs. Eine Menge von Sch Legendas. Die Menschen entwickeln werden immer wieder. Es ist eine Kaffee, wo sie sich anstreben sind. Es sollte man reden, dass die Kaffee anstreben. Ich muss mich überprüfen, was ich zu schauen. Ich bin hier. Ich bin sehr gut. Ich weiß nicht, was ich. Ich bin so schön. Ich bin nicht interessiert für Menschen. Ich finde es gut. Okay. Alter, ja, und ich merke es gerade, die Gesundheit lässt langsam nach. Ich muss immer Gegner absorbieren, damit ich die Gesundheit aufrechterhalten kann, nehme ich mal an. Hä? Was? Jetzt geht's. Ich dachte, durch Feinde, durch die... Achso, mit den Klauen, ne? Ja, mit Klauenangreifen, nur damit geht es. Oder? Nein, damit kann ich das Verlorene wieder zurückholen. Ich verstehe schon. Alter, dieser totale OP hier. Aber echt krass. Oh mein Gott. Krass, eh. Die hat's echt drauf. Ich liebe es. Mit der spiele ich doch am liebsten gerade. Ah. So, aufpassen, dass ich nicht zu viel Energie verliere dazwischen. Aber durch welche Levels kann ich mit eigentlich spielen? Alter. Ja, wie wundert's. Das ist ein Quick Clearer. Moment. Wie konnte sie sich gerade an der Wand festhalten? Und bloß aufpassen. Das ist echt schwer, da durchzukommen ohne Schaden. Shit. Aufpassen, ne? Oh, die Energie geht langsam zu neidem. Aber hier wird sie ja zum Glück wieder aufgefüllt. So, der Boss. Wird da wohl kein Problem sein. Oh, oh. Energie geht langsam zu neidem. Ich glaube, ich verliere jetzt gleich ein Leben. Oder doch nicht. What the fuck? Ach der Scheiße. Ja, gibt's überhaupt eine Möglichkeit, auch selber den Laser einzusetzen? Okay. B-Rang. Ja, geht so. Ich hab gar nicht gemerkt, wie wenig Energie ich nur noch hatte. Ich dachte, ich würde gleich sterben, wenn die Energie zu weit runter geht. What the hell? B-Rang. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Das macht es so schwer, dass ich das Spielzeuge, was ich. Ich habe das Schleif von Japan. Es gibt aber auch ein Mensch, wie ich das Schleifte oder wie ich kann. Es ist ein Mensch, warum ich das Schleifte und das Schleifte fühle mich an. Ich habe das Gefühl, dass ich dich fühle mich an. Ich habe mich nicht in der Sache. Was ist denn es schon ein Problem? Okay? Gibt's denn sonst noch irgendwelche Stages? Oh, ja. Ach, du heiliger. Die ganzen Stages noch einmal. Ich glaub, ich spinne. Ist es euer Ernst? Nee. Ich weiß nicht. Soll ich da noch weitermachen? Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt das Let's Play jetzt nicht zu überstrapazieren. Hm. Pfff. Okay. Doch, als Ausgleich dafür, dass ich jetzt die ganzen Challenges nicht machen werde, werde ich jetzt noch einmal die Stages mit Rey versuchen vorzusetzen. So, oder? Ja, vor allem der Funkturm wird problematisch mit diesem fliegenden Boss. Rey hat zwar wirklich ausgezeichnete Fähigkeiten. Der Highway wird erst auch wieder so sau schwer. Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal diese ganzen Levels antun möchte. Die Mine voller dem Bauch. Ein Riesenproblem. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht. Es dürfte zwar so einen interessanten neuen Story auffahren, aber... Nee, komm. Ich sag mal, das war es jetzt. Tut mir leid. Wir haben mal Rey ausprobiert. Dass ich jetzt nicht 100% spiele, aber... Ja, das Game hat mich jetzt schon komplett fertig gemacht. Tut mir leid, dass ich an der Stelle jetzt Schluss mache. Ich kann mein Gesamtfazit abgeben. Grafisch, ja, hat es mich ehrlich gesagt doch ein wenig enttäuscht. Ich hätte mehr erwartet für HD-Verhältnisse. Klar, es dürfte wahrscheinlich für... Wenn es für den 3DS gewesen wäre, würde es natürlich grafisch perfekt passen. Aber hier, nee. Ich glaube auch, dass die PS4 und PC-Version genauso ausgesehen hätte. Soundtechnisch ist ganz noch interessant. Vor allem der Crid-Sound war echt cool. Mit dem Rap am Ende. Und jetzt mal zum Gameplay. Ja, es hat Mega-Man basierend, aber irgendwie fehlt da das gewisse Etwas. Es kommt da nicht so spaßig vor. Die Level wirken lieblos und teilweise übertrieben schwer. Ich glaube, noch kein Mega-Man-Spiel hat einen so gefordert wie das hier gerade. Ich kenne nicht so schlimme Sachen wie das hier bislang. Das ist furchtbar gewesen. Und ja, auch bei den Animationen hier, weil die Lippen... Es gibt... Es ist wie bei der... Wie die... Interaktionsüber alten Playstation 2 Games. Dass da keine wirkliche gute Lippensynchronisation hinzugefügt worden ist, beziehungsweise überhaupt keine besteht. Und ja, an sich... Vor allem die Lags jetzt bei der Wii U-Version. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Versionen ausgesehen hätte. Ich habe gehört, die PC-Version soll auch wirklich von... Also auch wirklich von Clipping-Fehlern und was auch immer leiden. Also unter solchen Sachen. Im Großen und Ganzen ist es nicht wirklich ein Mega-Man-Ersatz. Es ist ziemlich enttäuschend geworden. Aber das Schlimme ist... Was ich nämlich erfahren habe, als Kickstarter unter den Kickstarter-Projekten ist es eins der teuersten. Es hat insgesamt auf knapp 40 Millionen Kickstarter-Geld geschafft. Also... 40 Millionen ist da hineingeflossen ins Spiel. Da hätte man eigentlich mindestens ein überdimensionales geiles Spiel erwarten können. Weil ich meine... Um gerade mal 40.000 oder so... Ist zum Beispiel Shovel Knight entstanden. Und das Spiel ist... Hammer! Aber das hier... Für 40 Mille? Da ist noch nicht mal 1.000 reingeflossen in sowas. Wo ist das andere Geld hingekommen? Nee, also... Tut mir leid, aber... Deep Silver hat da keinen guten Job bei diesem Spiel gemacht. Das muss besser werden. Weil vielleicht gibt es ein Sequel nach dem, was ich da bei der Endsequenz gesehen habe. Könnte es so möglich sein, dass es vielleicht ein Sequel gibt. Weil Capcom will anscheinend jetzt nicht mehr mit Mega-Man weiterarbeiten. Aber ich kann mir vorstellen, dass jetzt Mega-Man gültig tot ist. Nee, das wäre echt zu viel. Wir werden sehen, wie sie das noch weiter machen. Nun jedenfalls... Ähm... Insgesamt... Es ist nicht das, was ich mir vorgestellt hätte. Für den Kickstarter... Also für das Geld, was da hinein geflossen ist, für das Spiel... Für das Kickstarter-Projekt ist es zu wenig. Viel zu wenig. Preis-Leistungs-Verhältnismäßig... Also es hat zwar... Es kostet zwar nicht viel, weil die Wii U-Version zum Beispiel kostet nur 30 Euro. Aber ich würde gerade mal 10 dafür... Oder noch nicht mal 10 dafür ausgeben. Nee, ohne Scheiß. Das Spiel ist kein... Ist nicht wirklich... Hat wirklich keinen so hohen Preiswert. Aber wenn es euch zu gefallen wusste, dann... Könnt ihr euch es natürlich besorgen. Aber ich würde lieber... Auf die PlayStation 4-Version eher setzen. Weil die Wii U-Version habt ihr ja gesehen... Mh, 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 mh. Ich glaube, die PlayStation 4-Version ist wahrscheinlich die beste aktuell. Für den 3DS kommt es demnächst auch noch. Aber wann? Weiß man noch nicht. Vielleicht wird das ja verbessert. Kann sein. Nun... Ihr habt erstmals den Eindruck zu dem Spiel bekommen. Von mir bekommt es leider Gottes nur eine 6 von 10 Punkten. Es war... Wenn... Ja, 6 von 10 Punkten. Dabei bleibt es auch. Es war ein bisschen... Zu wenig für meine Verhältnisse. Es ist viel zu vor... Es ist übertrieben fordernd. Grafisch ist es... Auch nicht gut. Vor allem, was die... Animation als betrifft, ist Spielsturz sogar noch ab. Klar, es könnte von einer Konsolen-Version abhängen, wie schon gesagt. Aber... Ich bin mir nicht sicher, ob die anderen Versionen genauso gut funktionieren. Die könnten östens ein paar Pluspunkte wegen weniger... Mit... Wegen weniger Spielfehler... Bekommen. Aber das war's auch. Ne... Sorry, aber... Mighty No. 9... Ist leider kein Mega-Man-Ersatz. Das tut mir wirklich leid, Silpsilver. Ihr habt es versucht. Und ihr habt eure Chance nicht genutzt, vor allem dem 40 Mille. Da hättet ihr wirklich was draus machen können. Was extrem... Über... Mega... Episches. Ja... Wie ist eure Meinung zu dem Spiel? Eure letzte Meinung dazu in den Kommentaren. Und ich würde sagen... Danke, dass ihr... Bei diesem Let's Play mit dabei wart. Tut mir leid, dass ich jetzt nicht die restlichen Race-Stages oder die Challenges mache. Weil... Mir ist das zu viel. Ich bin jetzt schon ziemlich... Äh... Fertig. Das war jetzt nur ein Bonus-Part. Der eigentliche letzte Part hätte schon der letzte sein müssen. Wir haben mal gesehen, was Ray drauf hat. Echt cool, muss ich sagen. Mit... Mit ihr kann man vielleicht die Stages leichter abschließen. Aber... Ne... Ich... Ich lasse es jetzt dabei. Also... Wie gesagt... Eure Meinung dazu in den Kommis. Danke, dass ihr dabei wart bei diesem Let's Play. Und... Ja... Wenn es erstmals weniger Stress mit den Projekten gibt und ich etwas mehr Freiraum habe... Wird es dann weitergehen mit... Wird es dann mal... Dernächstes bei mir wieder weitergehen mit einigen Mega-Man-Projekten. Angefangen mit Mega-Man X, was ich mir über den eShop der Wii U kaufen kann. Da könnt ihr euch schon mal darüber freuen. Äh... Darauf freuen. Und... Ja... Ich werde natürlich jetzt nicht jedes Mega-Man-Game spielen, muss ich schon mal sagen. Wollt ihr denn die klassischen Mega-Man-Games? Nein, nein, nein. Tut mir leid. Also die... Die 8-Bit meine ich jetzt. Mega-Man X, auch nicht alles. Aber so viel wie halt geht. Und... Ja, danke fürs Gucken. Und bis zum nächsten Projekt... Also weiterhin viel Spaß mit meinen anderen Projekten auf meinem Kanal. Wir sehen uns. Danke nochmal fürs Dabeisein. Und... Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crash-Ford-Effekt-Gt9. Auf Wiedersehen. Und... Tschüss, Leute!